Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, mal wieder seit über einer Woche, da ich jetzt wetterbedingt bei uns wieder mal fahren kann. Es hat jetzt die Tage nur geschneit, war nur eisig und war einfach nicht gerade wirklich möglich rumzufahren. Deswegen bin ich auch nicht gefahren, außer mal kurz ein kleines Stück, aber ja, da habe ich dann nichts aufgenommen, weil es sich nicht ausgezahlt hat. Auf jeden Fall ist jetzt die Straße wieder relativ schneefrei. Hier rechts liegt eh noch ein bisschen Schnee rum, aber man kann jetzt auf jeden Fall wieder fahren. Sprich, ich werde heute gleich ein paar Videos aufnehmen, weil es soll nächste Woche bzw. diese Woche wieder schneien und dann habe ich zumindest ein paar Videos auf Vorrat direkt und muss dann nicht wieder eine Woche nichts hochladen. So, die eigentliche Mission von heute ist eigentlich die Ankündigung des FAQ-Videos. Und zwar, Leute, wird das heutige Video auch nur ein ganz, ganz kurzes Video an die drei, vier Minuten, denke ich mal. Und da es nur eine kleine Info ist, dass ihr mir unter diesem Video gerne, gerne Kommentare schreiben könnt. Und auch für Leute, die zum Beispiel nur Instagram haben, die können mir auf Instagram schreiben oder Skype habe ich auch, ist auch alles verlinkt. Könnt ihr auch vorbeigucken, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, wie gesagt, stellt mir gerne Fragen drunter. Und zwar, ich werde das folgendermaßen handhaben. Und zwar wird das folgendermaßen ablaufen bei mir. Ich werde für größere Fragen, werde ich immer jeweils ein extra Video machen. Und für kleinere Fragen, die ich in ein paar Sätzen beantworte, die kommen halt dann alle zusammen in einem Video. Aber wenn jetzt wer irgendeinen großen Thema-Bereich vorschlägt, der wird dann halt extra behandelt in einem Video.